Ja, das kann ich jetzt noch spielen. Aber klar. Hast du auch? Ja, ich mach auch, ich mach die Runde neu 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 neu. Buddy joined your channel. Ich mag es. Ey, Steve ist ja auch wieder da. Wer wackelt den Schlaf? Das passt nicht, ja, dann kann er auch noch... Ich muss mich jetzt runterschmeißen. Ich move dich runter. Buddy was moved out of your channel. Ich darf mich nicht bewegen. Das ist böse. Brenne! So jetzt noch stief. Hat der Schlaf im Meister angegriffen. Ja, im Moment. Alles, mach in Ruhe. Oko, mal ein Wurst. Keile verstecken! Wie ist das Schade? Das Intro! Klirren meinen Zorn! Äh, fühle nicht führe! Alter, ach! Komm her! Oh was, Block? Oh, böse! Ich muss bestraft werden! euer harter der d kennt ja ein geschlachtet werden ja auch Oh, jetzt ist es wieder da. Ah, hier ist sie. Wie war das Passwort nochmal? Äh, warte. C7? E4. okay ich habe schocken erläutern erläutern er kann die rote er die er er Töte sie! Töte sie! Nicht mehr, ich bin kein Zeppelist! So, ähm, ja, wenn sie tief drin ist, komm mal runter. Ich bin aber mein Zorn! Wo ist denn Kalle wieder hin? Hallo Kalle! Kalle, was machst du da? Mein Gott, ich hab so gut in die Ecke gepasst! Und dann das? Tief, äh, funktioniert das jetzt bei dir? Ja, geh mal runter in einen anderen Raum. Was hast du für eine Scheißhose anziehen? Okay, ich kann starten! Oh, echt? Oh, ich war mit meinem Zorn gerade am Zorn! Ja, die... Missy treffen, aber dann hab ich Steve getroffen! Ja, hab ich freigeschaltet! Drei, zwei, eins... Individuigkeit, Dom! Viel Spaß euch allen! Warum die anderen nicht bauen? Hi, Tobi! Oh, hi! Okay. Jetzt hier hackt gleich wieder Holz. Ja! Holzfäller! Ah, Lukas rennt da wieder doof durch die Gegend! Ja, auf jeden! Äh, Kalle rennt auch doof durch die Gegend! Und Steve, äh, haut irgendwas kaputt! Bist du runtergefallen? Ja, das hat nicht so funktioniert! Das hat nicht wirklich funktioniert! Ah, ja! Glaub ich dir! Hm... Hm... ... Ja, okay, ähm... ... ... ... ... ... ... Ich konnte das nicht schießen! Ja, ich... Ich hab jetzt... Du musst dir erst eine andere Zone schießen! Ja, vielleicht weil der, ähm... ... weil der Spiel das da schießen wollte, aber... ... ich war jetzt, glaub ich, so schnell, dass ich das nicht schließen... Ey! Äh, äh... Du bist jetzt bei... ...irgendjemandem... ...mit im... ...da... ...Zone! Ja? Ja! Dann geht wer weg! Du bist jetzt... Hm? Du hättest doch da drin bleiben können! ... ... Das war ich jetzt nicht, Yessin! Ach, ja! Das ist trotzdem schön, oder? Joa! Ach, komm! Sieh, ich... äh, du... Ey, Lukas, was machst du da? Ich weiß! Genau! Das kann man... Okay! Ja, du drei Holt! Oh! Oh! Joa! So freundlich bin ich mal zu dir, ne? Ich hab dir doch gleich geerbt! Oh, Kalle, ich hätte dich auch wärmen können! Da, 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 da... Und du bist dabei, die anderen Leute hier umzulegen? Und du kannst, du brauchst einfach... Oh! Oh! Oh, ja! Ich brauch noch ein Lederhaut da hinten, glaub ich! Tobi, hast du ihn gesehen? Ja, ich seh' dich! Äh, wir können auch kuscheln! Warte mal kurz! Warte, 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 du kannst gleich, warte! Warte, das Geld hier jetzt nicht! Tschüss, Frau Verbündnis, hau rein! Ein wenig kuscheln mit dir! Okay, dann bin ich weg hier! Ja, hier ist ja auch schon fett gelootet, alles, ne? Oh, ich geh mal wieder irgendwie mal zu gucken! Steve! Oh, Steve! Hast du auch schon ne fette Rüstung, ne? Ja, da hab ich gefunden! Geil, ne? Na ja, ähm... Aber ich bin mal fies! Was bist du? Ich komm mal wieder! Dein Ernst! Ja! Musst du sein, ne? Ich geh' mal zu Kalle! Na, Kalle? Wenn man gleich immer die beiden Finalisten aufeinander äpzen, das hab ich schon gesehen hier! Soweit bin ich auch schon, aber dann geh' ich halt mit ihm in den Kampf und diesmal hole ich mir! Okay! So lange das Ding gleich angeht, mach' ich ihn kalt! Ah, so! Ja, er hat keine Ahnung! Ja, er hat keine Ahnung! Ja, er hat keine Ahnung! Ist mir egal! Mit dir! Du hörst mir zu! Ja, ich dachte mit deinem Zuschauer, okay! Hallo! Beide, beides auf eigentlich reichen, ne? Ihr rennt beide gleichzeitig dahinten! Ja, das gibt jetzt nicht schönes hier! Okay, ich komm' noch wieder! Aber es war ja von dir! Wie ist die Beide? Warte, ich weide dich mal! Ich wärm' dich mal auf! Das ist aber nett von dir! Ja, kein Problem! Ich geh' wieder zu den beiden, die kämpfen! Äh, ja! Kämpft euch! Bekämpft euch! Wir bluten! Bluten! Wir bluten! Wir bluten! Aha, okay! Dafür treue ich doch lieber auf den guten alten Raucherhusten! Hehehehe! Wieder wund! Und loote einfach ganz lieb weiter! Hehehe! Macht jetzt Bündnis! Okay! Okay! Äh! Okay! Äh! Ich bin weg! 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 Mach dir nix! Der hat hier gelootet! Äh! Warte! Wo willst du denn da? Da ist... Äh! Glauben Lukas! Das sind schon ein paar richtig OP in dem Spiel, ne? Ja! Keine Ahnung warum! Warum? Der Leder! Der Leder kann ich leider dir nicht geben, tut mir leid! Aber ich hab dir ein bisschen Holz gebracht! Äh! Das war ich jetzt nicht! Ich muss mal kurz zu Jesse! Ich war's nicht! Nein! Nicht! Nicht hauen! Hm... Ich kann das nicht mehr machen! Ich hab alles schon aufgebraucht! Davon! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Ja! Äh! Du rennst gerade auf 2 zu, ne? Das weißt du? Ne! Weiß ich nicht! Aber jetzt schon! Ja! 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 Spaß mit den beiden! Ich geh mal wieder zu Kalle! Hi Kalle! Hallo! Ist jemand bei mir? Ja! Ich! Ich meine jetzt eben noch für den Spieler. Die kommen gleich alle auf einmal! Ne! Alles gut, Kalle! Zweimal das Elektro-Teilkisten! Äh! Warte! Die wollen mich jetzt holen. Warte. Mach das dritte Mal. Ja, da klaut ihr das Ding, Tobi. Hä? Was klaut? Wer? Da klaut ihr das wieder Elektronik-Ding. Oh. Alter, bekämpft ihr euch jetzt ernsthaft? Steve, bist du jetzt so... Oha. Ihr seid doch so fies, Weihnachten. Oh, mach deine Scheiß-Tüge aus. So eine Fotze, ne? Mhm. Das ist geil mit dem Flieger, ne? Mit dem Gleiter. Oh. Äh, Luca bewegt dich leicht auf, ähm, äh, Tobi zu. Also, wenn ihr jetzt weiterkämpfen wollt, dann bleib ich jetzt mal bei euch. Ich bin grad abgeschwitzt. Die dauert schon wieder, ey. Ich mag dich nicht mehr, Steve. Du wurdest markiert. Von Lukas, glaub ich. So, tut mir leid. Musst es sein. Oh, verpinnst dich doch, du... Nein! Ja, ihr müsst, glaub ich, mal laufen, ne? Sonst seid ihr beide tot. In die Wanderrichtung, würd ich sagen. Ich lauf grad voll in die... Ja, was soll ich machen? Ich st... Willst du ernsthaft auf da rein, Lukas? Was? Wow. Steve, es tut mir leid. Meidig! 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 Nein! Warte kurz ab, ne? Oh, du machst das klug. Alter. Irgendwo liegt jetzt die gleiche. Ich weiß. Ich geh hoch, ne? Channel switched. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Du kannst auch mit mir reden, hier. Ja, ich hör dich über den Top. Achso. Ja, die ist, glaub ich, bei dir, Steve. Kleiner Wichser, ey. Das rückst du so verrück. Nächste Runde möchte ich bitte Showmaster sein. Alles klar. Es tut mir leid, es war so verlockend. Es waren drei Spieler da und es musste einfach so sein, ne? Oh, Lukas gegen Tobi. Macht jetzt Battle? Äh, Tobi, hi. Ja, ich hab schon einen umgebracht aus Versehen, ne? Es ist der, der dich kopiert hat. Achso. Der wird kein Erfolg haben. Die tu wieder umhauen. Meine Technik. Ich, ich geh mal zu Kalle, ne? Ich bin bei Kalle. Okay. Das ist schon lustig. Kalle, was machst du da? Schreib mal, ob man mich sehen kann. Ja, sieht dich auch. Echt? Was? Siehst du eigentlich umschweben? Nein, das bin ich nicht. Ja, du bist ein kleines, süßes Koffischchen. Nein, das bin ich nicht. Er sieht dich, ja. Ich bin hinter ihm. Ich bin bei ihm direkt. Und ich ganz nah bei ihm fahren. Ja, die ist vor dir. Die ist vor dir, ne? Kalle, jetzt ist sie doch schon tot. Aus Versehen, dank mir. Aus Versehen. Die Nu war ein bisschen böse, ne? Ja, das war doch so perfekt. Es waren drei Spieler da drin und ich wollte mindestens zwei von töten, aber Steve hat irgendwie noch geschafft. Ja, Steve, wegen Steve bin ich da voll verreckt. Ich hätte das so locker geschafft, wenn ich, wenn ich das Dings gehabt, der hätte ich mir einfach porten können. Oh ja, Battle, noch ein Battle. Ich finde beides geil, Spielmaster und Spieler. Das ist beides so geil. Äh, Lukas kriegt einfach voll auf die Fresse. Hä? Lukas kriegt einfach voll auf die Fresse. Von? Äh, Steve. Von? Ah, von Steve. Lukas, rette die Ehre. Schnapp dir, Steve, töte ihn. Töte ihn für Jesse. Bring ihn um. Der immer Rache. Der hat viele Sachen. Sehr viele Sachen. Ja, du hast voll viel gelootet, Jesse, ne? Ja. War gut dabei. Äh, Steve, es ist irgendwie was. Oh, 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 Kalle vom Arsch. Was? Eine Zone wird gerade gedepft und Kalle steht da ganz hinten an der Ecke. Kalle, äh, Lukas und Tobi und du. Da kannst du nicht lagen. Wer hat mich ergeriert? Achso. Äh, Kalle. Hm? Beeil dich. Ich war jetzt ein bisschen verschwendet. Ich bin dabei. Nimm den Teleporter. Ich habe auch teleportiert. Nicht gegen den Baum. Oh nein, was macht der? Geister, dricksbaum. Äh, beeiligst du hast noch einen Gleiter. Äh, wie macht ihr denn hier? Wie setzt sich die einen an? Das war ein Fail. Das war Fail. Oh, alles verschwendet hat er. Das tut ihr. Scheiße, 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 scheiße. der heiliger ich glaube kann es nein nein ich habe nein ab level 5 ab level 5 kannst du neue perks packen ab level 5 kannst dein deck um ändern der verräter ist schon tot das ist kalle du hast nicht sprung du hast mega sprung das war's nein nein was ist er gestorben Kalle ist tot die denken an Kalle wie ist er gestorben er hatte keine Lebensenergie mehr na Kalle das war so schön das war so knapp gewesen ich war doch schon durch weißt du was alles was du hattest du einfach verschwendet und dann das das tut schon weh das tat sehr weh das war schon peinlich ich hab den Sprung kack dann den Gleiter direkt kackack das teleportieren auch kack mehr Pech kann man in der Runde nicht was denn du postierst du dich auch gegen um alter ja du hast vorgegen Baum geguckt ja ich hab das war nicht geplant als die verkehrt ich hätte es noch geschafft wenn ich nur ein Gott um geschafft hätte der letzte der Punkte oh Steve das war Glück das war jetzt Glück von dir ne warum weil Steve gerade gegen Lukas kämpft das ist gut Lukas gewinnt Lukas tot das war mein Köl Steve Buddy was moved to your channel oh jetzt Lukas äh Tobi gegen Steve gib mir mein Kälber ne ich hab mich weh ich hab wieder mein Kälber ich hab wieder mein Kälber aber Tobi ist auch ein Battle Kunster oh nein im Ernst so ein Faner ne ja Tobi muss mich rächen aber ich glaube äh Steve ist angeschlagen von Lukas jetzt wo ist mein Team hier naaa ich wär eigentlich wirklich weiter weg gerannt weil sonst hätte ich mein Toilet dann liegen lassen nein nein Steve hat gewonnen nein nein neeeeeeen Winner Steve nein Tobi du hättest mich rächen ich wollte es haha ha ha du hast du noch nicht geschafft das war ne schöne Runde ja 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 und ich glaube yes